Moin! Mach Zeit! Mach Zeit! Da sind sie wieder, Kleinmächter und Bröker. Mach mal bitte vier Radler für uns. Jo, gerne. Hey, was ist mit dir los? Ja, ihr habt die Schnauze voll. Warum? Ja, wenn die anderen noch arbeiten, habt ihr schon zwei Stunden Feierabend. Ja, komm zu Kleinwächter und Bröker. Du kannst gerne bei uns Probearbeiten. Wir suchen immer gute Leute. Wenn du auch mehr vom Leben willst, dann komm zu Kleinwächter und Bröker. Familienfreundliche Arbeitszeiten, echter Tariflohn und viele Extras. Für Dachdecker, Zimmerer, Klempner und diejenigen, die es werden wollen. dachdecker-münster.de Kleinwächter und Bröker